Wieso sollte es lila sein? Siehst du, siehst du? Ja, hab ich gesehen. Hm. Wieso sollte das lila sein? Ich rot-grün blind bin und keine Ahnung. Ich hab's zwischen dem Unterschied zwischen blau und lila. Echt jetzt? Ja, ohne Spaß. Mir ist ein Regenbogen, auch nur gelb und blau. WTF? Wenn andere immer sagen, guck mal, da ist grün und da ist rot und... Aber ich mach, für mich ist das gelb und das blau. Sehr gut. Das hat mir in Punz ziemlich den Arsch gerettet, ehrlich gesagt. Damals... Halbes Stückchen noch. Kommen wir noch schwere Sprünge? Weiß ich nicht, ich schaff nur einen auf den... Lolli nicht, den du gleich sehen wirst. Welcher Lolli denn? Der da hinten, der grüne. Dieser runde Lolli. Rund? Ach der. Warum ist der schwer da? Ich komm da nicht drauf. Okay. Ich find den hier schon schwer. Welchen denn? Den zwei davor. Zwei davor? Ich würd sagen, wir machen die Map aber zu Ende. Okay. Scheiß auf Blobs. Ja echt mal scheiß auf Tobi. Welche Challenge war das jetzt nochmal? 19. 19. 19,24. Der ist voll easy so, der Sprung. Ich finde... Okay, ich hätte meine Klappe nicht aufmachen sollen. Wieso funktioniert jetzt Shift bei mir manchmal nicht? Ich hab's gedrückt. Erst hat's funktioniert und dann nicht. Ich hasse Windows. Ich hol mir Apple. Mach mal, hol mir Macbook. Echt mal. Du holst dir ein Macbook und ich hol mir Macripp. Ich bin mir beide zufrieden. Alles klar. Da hätte ich Bock auf einen Big Tasty Bacon. Ich war halt schon bei Burger King, ey. Echt? Was hast du gegessen? McChicken. Ja, McChicken auf jeden Fall. Chicken Burger mein ich natürlich. Bei Burger King, McChicken, Junge. Zack. Wie es mich gerade gereizt hat, dich zu schlagen. Ja, ich... Ich hab's Morin gehabt. Dass mir hier nicht so alles Morin hat, du solltest zum Arzt nehmen. Ja, irgendwie schon, wa? Hm. Jetzt bin ich bei deinem Lollipop-Popper. Geschafft. Nee, noch nicht, aber ich mach den auch anders, glaub ich. Wie denn? Auf jeden Fall so, dass ich ihn nicht schaffe. Was hast du denn gemacht? Ich bin auf diesen langen Nüppel da... Also... Ja. ...auf die lange Schnur da neben gesprungen. Versuch zumindest. Ich bin auf den kleineren Block da beim Lolli. Da muss... ...ein Block tiefer ist, bin ich gesprungen. Schaff ich nie. Mach die Kuh hier oben. Wie ist die Kuh hier hochgekommen? Wo? Ja. Vielleicht von draußen. Der hat voll schwarze Porno-Augen, Alter. Oh, ja. Die rappt dann immer richtig geil. Mh. Mh. Ja, cool ist das, Alter. Die schlachtet dich. Auf jeden Fall. Wenn ich die schlagt, dann lasst du die voll aus. Soll ich mal? Hm. Ach komm, einmal geht's schon. Oh. Da rennt sie, wie sie rennt. Äh, sie hat ab. Schade. Ich hätte gehofft, sie fällt hier runter und kommt nie wieder raus. Mwahaha. Verrecke in meinen Lollis. Hab' heute ne Folge Grey's Anatomy geguckt, ne? Ja. Ja. Da war da so ein dicker, und bei dem, also der war richtig, richtig fett. Okay. Und bei dem hat's unterm Bauch, unter seiner, der hatte so richtig fette Fettspalten und hat's angefangen zu schimmeln. Loll. Voll widerlich. What the fuck, ey. Also sie haben gesagt, Infektion und sowas, als hätt's unter seinem dicken Bauch angefangen zu schimmeln. Alter. Schaffst du nie? Ne. Hab' ich noch nie geschafft. Deine Problematik, hm, ist wahrscheinlich. Weiß ich eigentlich gar nicht so schwer aus. Ich bin auf den links kleineren Block gesprungen, da beim Lolli, da links, so. Duijoh. Ne? Ja genau, nein, schaff' ich nie. Sieht voll knapp aus. Ist es doch, ja. Hm. Hab' echt keine Ahnung. Ditto. Er muss ja gehen, muss ja gehen hier. Ich hoffe, er hat sich auch nicht verboten bei dem grünen Ding hier, dass man da drauf konnte. ich hoffe einfach mal nicht glaube ich wo alte wie knapp das immer aussieht bei mir auch gerade aber gebracht hat fix satz mit x magi fix kann man das essen kann man das essen man hätte diese bilder schreibfunktion nicht einführen dürfen in facebook ist das eine extra app oder was bei facebook halt ist das eine neue kommentarfunktion man kann jetzt bilder posten junge was soll dass man die bilder muss man selber machen wollen ja also schreiben kannst du nicht auf dem bild muss halt mit dem oder so machen oder mit photoshop natürlich ganz ehrlich und legal gekauft wie immer wie immer und alles sonst ich hätte geschafft wenn ich nicht gegen die kante gesprungen wäre echt ja ohne spaß ich war schon halb drauf mein penis hat schon drauf geklatscht hat sich schon gefreut wird und so nah ja um sakkaris breite das ist aber heftig kann man das sind bei dir drei meter aber jetzt vom normalen maß ich habe keinen bock noch die challenge und was ich versuche hier ist noch mit dem letzten mal hier ich auch wir wollen ja auch durchkommen in einer stunde und durchsachen mit der map richtig viel zu schnell auf aber also wie finde ich die map auch nicht so motivieren ich auch nicht so weniger als ich immer dasselbe ist sieht anders aus aber vom prinzip immer dasselbe stammt ich muss was hier machen ich habe keine ahnung die nächste map die wir machen wird cool okay ich verstehe ich weiß nicht ich auch nicht machte das einfach mal noch mal im gelben wir gehen die kante nicht auch machst du denn da oben ja ich habe versucht dass man da geht ich weiß nicht verbaut hat aber hat er nicht ne hier auch nicht keine ahnung ne ich habe auch keinen plan das ob da irgendeine unsichtbare wand wäre okay wo müssen wir da dann weiter ach so ich kann nicht vorstellen dass der sprung nicht machbar ist unmöglich kann möglich junge ich kann mir echt nicht vorstellen dass der nicht machbar ist so ich weiß nicht keine ahnung na ich auch nicht hier drauf hier drauf hier drauf und dann ich glaube darunter auf den gelben ja dann auf den grünen dann hier rüber hier hin dann da rein der rest wäre gar nicht mehr so schwer gewesen so ist ein keks bekommen aber auch so ein kopf gedrückt 20 ich habe zu verarschen bringt schon mal nix glaube ich schade du mir ist nicht am anfang klar damit dick verarscht du musst richtig tempo machen echt musst du dann einmal durch oder was ja scheiße wohin 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 mama du bist schon zu spät kann schon herunter da muss ich wo muss ich denn hin ach da hin okay oh ja die licht von in ne geil geschafft boah nice peter lol datte piston nicht funktionieren jetzt oder meine internet verbindung war premium ich glaube meine internet verbindung und jetzt und jetzt nein so langsam lol ernsthaft ja wotten achte was da drauf dann halt in die ecke geht klar also geklaut hast du geklaut was geht jetzt ab ich bin drauf hoch die wand verschiebt sich voll ich bin zu weit gesprungen scheiße ich hasse dich alles klar wie mies was los nur den sprung nicht schaffst musst du von vorne anfangen geil erstmal die druckplatte verfehlen ja mama mama ist jetzt nicht so schwierig muss ich sagen ich bin gerade nur hart am ver- das ist zu traurig da geht halt licht an ist ja öde boah man ey lol jetzt mache ich das ich mache das ich mache das ich ich bin gerade so scheiße Nils helf mir boah ich hatte den ersten sprung nicht kann doch gar nicht wahr sein LOL Nils ist runtergefallen NEIN komm schon alles gut aber ich bin voll erschrocken dann ist ja alles easy dann ist ja alles easy du musst vorsichtig sein du musst richtig vorsichtig sein du musst auf jeden Schritt aufpassen LOL was für ein Leck what the fuck alter kenn mir internetverbindung kack grad richtig ab echt echt ja ich hab den ersten sprung schon wieder nicht kann einfach nicht wahr sein bist du durch alter was für sprünge hier sind ey das ist unfassbar also nein ich verkack schon am anfang ah na da hat's fuck das war ein bug ich bin festgehangen im in der scheiße wie gemein alter wie wie gemein alter wie alter wie ist eigentlich da immer fest hm komm kletter mal schneller die Leiter hoch jetzt schaff ich dir nicht wieso nicht ach ich hab den ersten sprung einfach nicht 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 ja sicher ne kein problem also gut moah ich bin grad zu scheiße ja geh hoch wie weit ich schon benut und wie weit es noch ist ey das ist deprimierend Mann! Boah, Spaß, ey. Da bin ich unten. Ganz unten. Mhm. Muss von vorne anfangen. Voll weit gewesen. Jetzt war ich zu langsam. Boah, den schaff ich noch. Erstmal nicht springen. Warum bin ich grad so scheiße, Nils? Ich hab keine Ahnung. Mann! Alter, ich häng da immer fest. In dem fucking Nippel. Ähm... Pisten. Ich bin zu langsam! Ich vergesse mal weiter zu springen. Ich hasse generell... Zeit.